Im Schatten des Kilimandscharo. Packend, schockierend, mörderisch. Die Sensation des Jahres. Afrika. Der schwarze Erdteil. Das ist die Faszination der Urgewalten. Das abenteuerliche Spiel zwischen Schönheit, Leidenschaft und Tod. In der Glut der Steppe geschieht das Unfassbare. Die Natur gerät aus dem Gleichgewicht. Die Kreatur wird zum tödlichen Feind des Menschen. Im Schatten des Kilimandscharo. Dort, wo es kein Wasser mehr gibt, eskaliert die nackte Gewalt. Der Kampf ums Überleben beginnt. Das Gesetz der Steppe heißt, fressen, um nicht gefressen zu werden. Für die Menschen der heißesten Region Afrikas beginnt ein tödliches Abenteuer. Mr. Mbusi, das sind keine Raubkatzen. Das sind Paviane, Herrentiere, intelligente, denkende Kreaturen. Es ist alles vorbei, wenn es regnet. Sie sind überall. Und sie sind außer Kontrolle. Hunderttausend Paviane. Niemand hat eine Chance. Im Schatten des Kilimandscharo. Afrika hat ein neues, erschreckendes Gesicht zu zeigen. Im Schatten des Kilimandscharo.